Ferdel, du hast bereits zwei Pausen gehabt. Je mehr Pausen du machst, umso schwerer fällt dir das Weiterlaufen. Ich brauche eine Pause, verdammt nochmal. Vielleicht erzählt der Papa dem Ferdel mal, wie toll es dort oben für ihn ist und was dort alles auf ihn wartet. Von den putzigen Häuschen, dem eigenen Zimmer, dem Bad mit der Dusche. Ferdel weiß, beim Wandern, da gibt es einen Trick. Man geht langsam, aber stetig. Nicht so wie die Mami, die rennt voraus, dann bleibt sie wieder stehen. Vielleicht lässt der Vater seine Binsenweisheiten mal beiseite und erklärt dem Sohn, was für eine schöne Überraschung bedeutet. Auf ihn wartet er doch nochmal. Du kannst nur ein Herzchenfad, wenn du so weiter rennst. Was für eine Überraschung? Ja, genau, der Bauer hat mir gesagt, dass er eine Überraschung für dich hat, aber er hat mir leider nicht gesagt, was das ist. Aber das werden wir jetzt rausfinden. Wieso, wir hatten doch bisher jedes Jahr Glück mit dem Wetter. Aber Mann, kannst du noch mit der Traudel reden? Hast du euch an den Sonnenschutz gedacht? Ich muss unbedingt noch Plätzen von dir eingegangen. Plätzen, gut, was man im Winter, meine Lieber. Das ist übrigens mein Hut. Du hast überhaupt nicht an diesen Schlauch und es ist mein Hut. Dann sind die denn endlich so. Ich habe keine Ahnung, vielleicht muss die Traudel ja noch putzen, weil die anderen so spät weg sind. Ja, vielleicht wohnen wir doch da oben. Ich glaube, das gehört dem gar nicht. Das sieht mir auch eher wie ein Schwarzbau aus, wenn du mich fragst. Nein, was sagt ihr jetzt zu dem Neubau? Es seid übrigens die Ersten. Wir haben bis gestern noch eingereicht. Kommt's. Jetzt bin ich gespannt. Cool. Jetzt bin ich aber gespannt. Wieso fragt ihr uns überhaupt nicht, ob wir da holen wollen? Da ist Dusche. Alleine Dusche. Ja, endlich eine Spülmaschine. Ja, ich spüre. Das ist ein Mikrowell. Mikrowell, was ich traue dich. Das ist praktisch. Da ist eine Brotmaschine. Elektrisch. Zum Fingerabrascheln. Stürze. Er saubt. Ein Fernseher. Ja, für den Schrank hätte ich dann gerne den Schlüssel, gell? Ist es nicht herrlich hier oben? Wunderbar. So, ich gehe jetzt nicht mehr. Ach, Fer. Habe ich dir eigentlich schon von meinem Elbauer-Sagenbuch erzählt? Ja, Herr Schwung. Das kann gar nicht sein. Das habe ich nämlich letzte Woche erst gekauft. Eine Familie beim Bergwanderen. Der Sohn, in deinem Alter auch, möchte nicht mehr weitergehen. Er setzt sich auf einen Stein und sagt, ich gehe keinen Schritt mehr weiter. Die Eltern sind ziemlich verzweifelt. Es beginnt bereits zu dämmern. Papa, hör auf. Das ist alles Käse. Auf einmal tut es einen gewaltigen Donnerschlag. Eine schwarze Wolke erscheint. Und als sich die schwarze Wolke wieder verzieht. Was glaubst du, wer da vor ihm steht? Keine Ahnung. Wer denn? Der leibhaftige Teufel. Und die Hobergors. Und der wilde Gesell. Und man nennt die drei in der Gegend die wilde Jagd. Ja, und? Ich werde dir jetzt mal erzählen, was die drei mit dem kleinen Jungen angestellt haben. Weiter erzählen doch nicht solche Geschichten. Da kann er wieder nicht einschreiben. Ich würde vielleicht da oben tragen. Ich jedenfalls nicht. Aber ich zuerst. Das ist mir egal. Ich stehe das auf Matratze. Ich stehe hier. Nein, ich stehe hier. Hallo. Was ist das? Seht ihr, wo ein drittes Bett? Nein, das könnt ihr gar nicht mehr sehen. Das ist doch von uns drei gar kein Flach. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier überhaupt bleiben möchte. Und da hat der Zimmermanns Loch gelassen. Schau, quietscht nicht. Man hat kein Geräusch. Das war drüben immer das Problem. Komm, zieh dich aus. Wir weinen jetzt ins Schlafzimmer ein. Sonst noch Wünsche? Ja, Mittagessen. Ja, da. An Juli steht nix. Da. August, Fendler. Ja, aber wir haben für Juli gebucht. Sonst wären wir ja jetzt nicht da. Die Alba, die kann doch spazieren. Warten Sie mal. Ich muss mal mit der Traudl. Ja, ja. Walter, klärst du uns bitte auf? Ja, offensichtlich hat uns jemand falsch eingetragen. Jemand? Ach so. Traudl, wie in der Schrift ist denn das da? Das hat drüben geschrieben. Nach 430 E-Jahren müsstest du meine Schrift langsam kennen. So. Der Herr Fendler aus München hat aber eine Faxbestätigung von uns, dass das neue Apartment im Juli für ihr reserviert ist. Wie findest du denn das? Ja, ich zeig ihnen halt die Almzimmer. Die sind doch hellvoll schöner. Das magst du aber tun. Das ist jetzt ein bisschen ein kleines Kammerl für den Buben zum Schlafen, hab ich mir gedacht. Wird schon langer, gell? Und das ist ein sogenannter Aufenthaltsraum. Eine Schränke für die Kleidung. Da vorne am Fenster ist ein kleines Tischerl mit Stühle. Und was gibt's hier für eine Überraschung? Überraschung? Ach ja, die Überraschung. Hast du die Fotografie da vorne an der Treppe gesehen? Ja. Komm. Und das ist das Schlafzimmer unserer Zirbenzimmer, sagen wir mal. Das Zirbenholz ist einiges Bad. Die Dusche, die ist unten, die zeige ich nicht an. Was ist denn da? Schafe und einen schwarzen Mann. Ganz genau. Das ist die dunkle Gestalt. Und der Teufel und die Hörbergosse, die haben sich in Schafe verwandelt. Kommen wir es mit. Jetzt zeig ich Ihnen noch ganz was Besonderes. Was ist das Schlafzimmer? Mein Gott, ist das schön. Tja, Karin, ich weiß, das ist absolut nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Und ich denke, es ist das Beste, wir... Wir bleiben. Ganz genau. Was? Na, ich finde es okay hier, wir bleiben. Ach so? So, komm mal, ich zeig, habt ihr dabei. So viel braucht es ja da doch herum gar nicht. Schau mal, Pfanne, ein Gefahr von mir auch schon. Ich finde, es ist auch schön und groß. Und es ist mit dem Fliegen ist auch ein Traum. Ja, der hat wohl an unseren Gedanken gelesen. Ja, ja stimmt, es ist total cool. Meine Frau steht ja mehr auf so einem Strand. Und bis vor ein paar Stunden habe ich mich auch noch auf dem Weg dorthin gesehen. Ach was, wieso? Ja, ja, na ja, eigentlich sollten wir in dem Häusel sein, in dem Sie jetzt sind. Nur der Bauer hat uns dann irrtümlicherweise auf den August gebucht. Aua, das ist ja blöd. Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Mir sind die eh lieber, die Einzimmer. Ich stehe auf dieses Urige und Bodenständige. Ich liebe den Geruch von Zirpenholz. Ich habe irgendwo gelesen, dass der Geruch von Zirpenholz verjüngend wirkt. Ja, ja. Das habe ich dann gleich meiner Frau erzählt. Und jetzt schauen wir mal. Also, in dem Sinne. Ja, schöne Ferien. Ja, ebenfalls. Ja. Mahlzeit. Der Enten möchte ich mich da drauf. Ich darf mir doch gleich mal so nehmen. Jetzt nehmt es euch mal. Aber was ist das? Das riecht so komisch. Das ist ein Fleischleiberl. Jetzt probier es halt mal. Das ist halt so eine spätgebärende Karrierefrau. Und er ist so ein Esoteriker. Keine Ahnung, sag's halt. Du hast das so große Menschenkenntnisrate. Sie hat was von einer abgehafterten Stewardess. Sie erinnert mich an die Mathelehrerin von der Flamme, das machen wir in der Gymnasium. Nee, das ist keine Lehrerin. Jurist, irgendwas Trockenes. Weiner. Internet. Gab es da nicht so jemanden in diesem Fall? Das ist ja, dann passt ja. Backen und Anziehen. Ah, hier mal noch los. Herr Diener. Ich komme gleich. Ah, wer kommt denn da? Entschuldigung, wenn er stört, dann... Darf ich wissen, was es in eurem Haus für eine Überraschung gibt? Ach so, du meinst... Die Überraschung. Ja, sei froh, dass du nicht bei uns wohnst. Ich sag's dir, oben auf dem Dachboden sind ganz viele Siebenbeschläferle, die die ganze Nacht totalen Krach machen. Und die Eichhörnchen kommen bis zum Tisch und essen ihr das Essen vom Teller. Hä? Oder vielleicht doch. Plötzlich war sich Martin gar nicht mehr so sicher. Schon aus? Schon aus. Was magst du denn für eine Puppe? Cinderella. Sag bloß, du hast sie nicht eingepackt. Doch, natürlich. Aber warum schaust du dann so? Walter, also ich weiß nicht recht, aber... Das... Das... Ach, gut, dass uns das nicht auf dem Flughafen passiert ist. Das können Sie aber laut sagen. Meine Fanny, wenn die ohne ihre Puppen einschlafen muss, dann geht für die die Welt um. Ja, und meine Frau ohne ihre Töpfchen, Tegelchen und Cremes nicht auszudenken. Äh... Ach so. Äh, danke übrigens. Du Helmut, die Dreitageswanderung, wann machen wir denn jetzt die? Und bald? Ja, wie bald? Am Wochenende ist da sicher die Hölle los. Ja, vorher. Nachher. Also wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich sie gern schon diese Woche machen. Vergiss du bitte meinen Traubenzucker nicht? Als ob ich schon jemals deinen Traubenzucker vergessen hätte. So von morgen bis einschließlich Freitag. Wer weiß, wie lang das Wetter hält. Kriegst du das mit dem Quartier hin? Ich würde mich da gleich drum kümmern. Ja, mach das. Warte mal. Wie komme ich zu dem K? Ach so, ja, das ist ganz einfach. Du gehst immer die Markierung, die Richtung Filzmussattel. Sobald du über der Waldgrenze bist, fängt das K an. Also, mach's gut. Ist ein Traumplatz? Ja, danke. Dann verliere ich sie wahrscheinlich. Aber wenn ich mitkomme, dann verliere ich vielleicht mich selbst. Charlie, du hast so oft schon wieder neu angefangen. Und du hast viel... Ah, jetzt verstehe ich. Du, hast sogar Gute, das hat eine Absage. Ach, sicher. Jetzt kann ich mir den Job nicht... Kann ich bitte mitschauen? Das ist nämlich meine Lieblingssendung. Ja, klar, komm rein. Die bringt bestimmten Zusagen. Die Sachen, die sie macht, sind echt schräg. Ja, ich finde sie auch total cool. Mach dir mal ein bisschen Platz. Willst du vielleicht einen Orangensaft? Mhm. Okay, machen wir das. Ich mach noch die kleine Skulptur hier. Ferdinand. Ciao. Bitteschön. Danke. Wie heißt du denn? Ferdinand. Oh. Oh. Musik Entschuldigung, ich wollte meinen Sohn abholen. Pferde, kommst du bitte? Aber ich komm gleich, das ist meine Lieblingssendung. Wir beginnen unseren Urlaub mit Pilze und Bären sammeln. Und mit Fernsehen. Ausnahmsweise. Bewegt, bitte, los. Oh Mann. Dein Pulli. Also bei uns ist das auch die absolute Ausnahme. Bei uns wird nie fern gesehen, schon gar nicht in den Ferien. Entschuldigung. Ja, ja, klar. Einen schönen Tag noch. Tschüss. Ja, Susanne, holt das mal wieder weg. Ja, klar. So, jetzt ist aber endgültig Schluss. Oh Gott, Mama, spiel jetzt hier nicht Mutter. Raus mit euch, ihr lahmen Endgüter. Raus mit euch. Erzähl mir wenigstens was von der wilden Jagd. Wie schaut denn der Teufel aus überhaupt? Darf ich dir nicht erzählen? Hat mir die Mama verboten. Aber der Mama sagen mir doch nichts. Und wenn du nachts aufwachst, weil du Albträume hast? Weil du dich vor der Hovergors fürchtest? Genau, wieso heißt die eigentlich Hovergors? Also gut. Ja, fühl doch der Ruh. Hast du das auch gehört? Mhm. Da hinten. Komm. Ja, Herr Warr. Ja, Gott, was ist denn mit Ihnen passiert? Äh, ich habe mir das Knie verdreht. Jetzt kann ich nicht auftreten. Meine Güte, wie kriegen wir es denn jetzt ins Tal runter? Ich habe eine Idee, Papa. Wir brechen den Ast ab, legen ihn drauf und ziehen ihn runter. Keine schlechte Idee. Weißt du was? Du nimmst mal den Rucksack vom Herrn Bahr. Und ich werde sie jetzt da einfach mal untergreifen und dann... Ne? Ja. Geht das so? Ja. Ja, fünf Personen, wie immer. Genau, alle ein Jahr älter und mindestens einen halben Meter länger. Ja, aber mein Problem ist, ich bin ja nur noch zwei Tage da und dann saust du mit meinem Freund Richtung Süden. Das glaubst aber auch nur du. Gestern hat der Papa gesagt, er lässt dich auf keinen Seite. Könntest du endlich mal aufhören, dich überall einzumischen, wenn es sich nichts angeht? Letztes Jahr hast du gesagt, du bringst uns das Jodeln bei. Stimmt. Und warum haben wir das nicht gemacht? Ja, komm, Resi, wir lernen das Jodeln und treten in Italien als Straßenjodlerin. Oh Gott, wer sagt denn, dass du mitkommst? Da hat aber jemand gute Laune. Das ist bestimmt unser letzter gemeinsamer Almurlaub. Ich war ja genauso. Endlich. Resi. Aber ich hätte nicht gedacht, dass alle Töchter das erben. Du, Mama. Obwohl, die Wanne ist ja eigentlich noch brav. Mama. Ja, Kinder sind halt einfach so. Mama. Ich arbeite hier jeden Tag 15 Stunden, wenn du mich mitfahren lässt. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Das haben wir tausendmal besprochen. Ja, du warte mal kurz. Gleich wird der Empfang besser. Ja. Oh, Sebi, kannst du nicht schon morgen kommen? Bitte, ich sterbe hier vor Langeweile. Wie, was wird verschoben? Ja, und was heißt das jetzt? Wann kommst du dann? In zehn Tagen! Ja, und was wird jetzt mit unserer Reise in den Süden? Du jobst doch wieder ab August. Nee, weißt du was? Da musst du gar nicht mehr kommen. Um Gottes Willen. Was ist denn jetzt passiert? Ja, das Knie habe ich weiter. Nein, auf die andere Seite. Und kann er sich am Gelände abstücksen. Was ist denn? Ich weiß auch nicht. Ach, den Rucksack, den lasse ich am besten hier stehen. Ja, den hole ich gleich. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Wirklich, ohne Sie wäre ich morgen noch da dran. Das sieht mir alles aber nicht gut aus. Da wirst du schon zum Arzt müssen. Aber was? Die Tata geruert. Die Sache ist erledigt. Das glaube ich aber nicht. Gerade beim Knie muss man aufpassen. Du weißt, das sind meine Kinder. Ja, ja, schon gut. Die Dreitageswanderung, die kann ich ja jetzt absagen. Ach, Helmut, unser ganzer Urlaub ist im Eimer. Nell, ich jetzt höre schon auf. Überhaupt nichts ist im Eimer. Du musst aus jedem Dreck ein Riesendrama machen. Ich schaue mal, ob die Traudel was zum Einreiben hat. Magst du ein Tee mit Schuss? Ja, bitte. Glaubst du doch nicht, dass ich da heraufkraxel, um mich nachher ins Bett zu legen? Ja. Du wirst du, das kommt davon, wenn man sich im Urlaub zu schnell das Zeug legt. Ja. Du, ich habe ihm übrigens gesagt, dass du dir vielleicht heute... Na ja. Was denn? Dass du dir vielleicht heute noch sein Knie anschaust. Wie bitte? Na ja, hat mir halt leid getan. Weißt du, das sah schon sehr schmerzhaft aus. Und dann an seinem ersten Urlaubstag... Ja, wie unterfragst du mich vorher nicht? Ich frag dich ja jetzt. Ach, Walter, weißt du manchmal, also wirklich... Isst die Tomate. Muss ich jetzt da rüber gehen, oder was? Nein, nein, dann bleibst du eben hier. Also, das ist ja kein Problem. Nelly, du Schaftelhuberin, ich weiß schon selber, was ich machen muss. Die Frau kennt sich aus. Die hilft uns, dass wir das Richtige tun. Ich will es nicht. Sag mal, wieso wärst du dich eigentlich so abartig? Meinem Gefühl nach musst du längst ins Krankenhaus zum Röntgen. Ich hatte doch nicht bei der Schwellung. Da sieht man überhaupt nichts. So, da wären wir. Mein Mann, Frau Fendler. Guten Abend. Guten Abend. Ja, ich möchte gleich sagen, dass ich seit fünf Jahren nicht mehr als Masseurin arbeite. Was machen Sie stattdessen? Ich leite eine physiotherapeutische Abteilung, 25 Mitarbeiter habe ich. Wir wollten Sie eigentlich nur um Ihren Rat bitten. Bei einer Knieverletzung, da kann man nicht vorsichtig genug sein. Ja, gut. Dann schaue ich es mir mal an. Es ist natürlich so ganz schwer für mich, da was zu sagen. Röntgen wäre halt wichtig. Aber dafür müsste natürlich erst mal die Schwellung zurückgehen. Vielen Dank, dass Sie mir bestätigen, was ich gerade zu meiner Frau gesagt habe. Ach so. Ja, dann bitte ich vielmals um Entschuldigung, Herr Doktor. Mein Mann wollte unbedingt, dass ich herkomme. Ja, haben Sie vielen Dank. Das ist das immer mit Ärzten. Wenn Sie selber mal Hilfe brauchen, dann... Dann gehe ich jetzt mal wieder. Schönen Abend noch. Sag mal, wieso bist denn du so ekelhaft? Hallo, Mama. Schade, dass du nicht mitkommst. Könnte ich ruhig ein paar Kilo abnehmen. Schau lieber zu, dass du ein paar Muskeln draufkriegst. Tschüss. Tschüss. Pass auf mit der Sonne, ist ja stark jung. Ja, ja. Macht euch um mich mal keine Gedanken. Ciao, Mama. Ciao. Ich wollte nur sagen, dass ich für einen Papa koche. Ich glaube, ich kann dir dabei doch behilflich sein. Was habe ich auf einmal für brave Töchter? Ich brauche überhaupt niemanden. Die Traudel sorgt für mich und wenn dein Sebi auftaucht... Wer kann mich echt mal am Arsch lecken? Pst. Was? Was ist denn? Ja, vergiss es. Kann ich nicht einfach hierbleiben? Bitte. Servus. Grüß Gott. Auf welcher ist die Bällejagd erschienen? Laut Elmore Sagenbuch auf beiden. Dann entscheid du. Hochteil, Alma. Okay. Los geht's. Liebst du den Papa noch? Oder was ist das zwischen euch? Natürlich lieben wir uns noch. Vielleicht anders als früher. Aber woran merkst du denn, dass du ihn noch liebst? Also wenn ich ehrlich bin... Wir sind uns ja vertraut. Nach 17 Jahren. Ich frage ja nur, weil ich und Sebi sind jetzt gerade mal seit 10 Monaten zusammen. Ich könnte ihn jetzt schon an die Wand klatschen. Ja, jetzt mal langsam. Das ist eben ein Musiker. Der braucht seinen Freiraum, das musst du akzeptieren. So, schau her. Radl. Ja? Du bist dein Schatz, weißt du das? Wie geht's denn damit? Ja. Die Sonne tut mir gut. Ja, da hab ich nur Salm gefunden. Schmier dich ein damit, das nutzt es ganz bestimmt. Danke. Na, Herr Ring, geht's ja noch. Oh, ja. Ich hab ja noch was mitgebracht. Schmeckt's? Schmeckt. Und die Luft hier oben schmeckt mir. Und überhaupt den Platz kauf ich euch ab und nehm ihn mit nach Hause. Papa, ist du noch bereit? Meine Schuppiert schon bereit, zum Beispiel. Nein, nein, jetzt haben wir's gleich. Schau, da vorne ist die ein. Ja, endlich. Ah, ich hab's gesehen. Richtig, mit Küssen, stimmt doch überhaupt nicht. Eben. Und die Türen ist so gut. Ja, ganz schön. Werd letzte Woche zum Beispiel. Kuss. Kade. Das kennst du schon. Hey, das ist ja eine Überraschung. Wolltest du es vielleicht erzählen? Hey, hallo. Ja, wo kommst du denn her? Ja, wir wollen vom Gewitter überraschen. Oh mein Gott, wo sind denn deine Eltern? Ach, hallo. Hallo. Gott, wie armer. Wir sind total in das Gewitter gekommen. Aber wisst ihr was? Ich hab nicht mehr keine Lust mehr. Wollen wir noch mal gehen? Magst du mitkommen? Da gibt's die Platz mit 18 Kanälen. Echt? Da staunst du, was? Moment mal, ihr werdet doch jetzt nicht alle schlecht gucken. Ja, wir sind doch ganz nass. Schauen, haben wir später. Kein Problem, dann kriegt er was von mir. Du hast ihn doch gar nicht. Ach, dann kriegt er was von der Kathi. Das geht schon. Setzen Sie sich doch. Ich kann Ihnen ja leider nichts von meinen Sachen anrufen. Schade. Wäre genau mein Geschmack gewesen. Ja, du Sebi, ich hab leider gar nicht so viel Zeit. Die Hütte ist voller Gäste. Ja, der Job ist toll. Ja, ich krieg wahnsinnig viel Trinkgeld. Ja, und jeden Abend möchte ich mich im Verehrer mit nach Hause begleiten. Das ist kein Witz. Und wenn du hier wärst, kannst du dich davon überzeugen. Ja, ist jetzt eh gar nicht so wichtig, dass du kommst. Ich hab die Reise jetzt eh für mich abgehakt. Ja. Du, ich muss jetzt auch mal wieder ins Gewühl. Also, ciao. Und dann wandern wir weiter zur Sonntagseim, wo wir dann wieder übernachten. Schöne Tour. Eine Frage. Wir suchen halt noch ein paar Leute für unsere Mondscheinwanderung auf dem Spielpubel. Seid ihr dabei? Ach, tut mir leid. Das ist aber eigentlich was ganz was Tolles. Waren Sie schon mal bei einem Mondschein auf dem Gipfel? Nein. Das sollten Sie unbedingt mal machen. Ich war letztes Jahr zum ersten Mal. Das ist ein Wahnsinnserlebnis. Also, für heute bin ich erst mal froh, wie ich den Pferdel heil nach Haus kriege. Aber danke. Gute Idee. Werde ich mir merken. Ach, mein, wie friedlich die da sitzen. Typisch Pferdel. Hahn im Korb warst du immer gern. Ah, da kommt ja mein Papa. Ich frag ihn gleich mal. Sag einfach, wir brauchen nicht unbedingt zum Spielen. Oh je, jetzt kommt ein Attentat. Das sehe ich schon. Papa, ich mag hierbleiben. Die Mädels haben ja auch schon ein Bett heckt. Nein, Färinand. Die Mama wartet auf uns. Wir müssen bald los. Ich möchte nicht in die Dunkelheit kommen. Papa, bitte, bitte darf ich hierbleiben. Alles klar. Gib ich Ihrer Frau weiter. Nein, das mach ich jetzt gleich. Einen schönen Abend euch da drüben. Karin? Seien Sie da? Ja. Ihr Mann hat gerade angerufen. Die sind in ein Quitter gekommen. Und übernachten auf der Hochtalarm. Ach, und? Es ist alles in Ordnung. Und Sie sollen sich ja keine Sorgen mehr haben, hat er gesagt. Na, der ist gut. Darf ich Ihnen noch was bitten? Draußen sind ein Haufen Leute und die wollen alle Augenblick was anderes. Wäre das vielleicht ausnahmsweise möglich, dass Sie am Herrn Doktor das Essen bringen? Ja? Die Bäuerin hat mich gebeten, wo darf ich das denn hinstellen? Auf den Tisch, danke. Und, geht's Ihnen besser? Ja, ja, geht's schon besser. Die Schwellung geht zurück. Gut, prima, freut mich. Ja, dann wünsche ich noch einen schönen Abend. Haben Sie schon was gegessen? Ja, nein, ich hab mir jetzt vorgenommen, abends nichts mehr zu essen. Im Urlaub, echt? Ja, gerade im Urlaub. Entschuldigen Sie wegen gestern. Ich bin sonst nicht so, aber... Kein Problem. Wollen Sie noch ein Glas Wein mit mir trinken? Eigentlich wollte ich einen Abendspaziergang machen. Der rennt nicht weg. Ich hab einen ganz guten roten. Das geht in Ordnung. Er nimmt uns mit. Schön. Was kriegen Sie denn hier zu mir? Nix. Aber... Ich möchte Sie gern einladen. Danke. So, ihr Lieben. Ich mach jetzt doch mit dem Vater vom Pferde die Mondschein-Tour auf dem Spielkugel. Dann passe auf, dass du nicht mondsüchtig wirst. Schlaf gut, Pferde. Und ihr macht's bitte nicht so lang. Ja, ihr wisst, dass ihr morgen fit seid. Was heißt denn im entscheidenden Moment, wenn mir zum Beispiel ein Patient unter der Hand wegzusterben droht. Ja, das ist ein, Entschuldigung, total überalteter Standpunkt. Sie müssen doch zugeben, ja, ja, dass die Homöopathie gerade in den letzten Jahren bei so vielen Menschen das Bewusstsein erweitert hat. Also das ist ja nicht einfach so. Sie tun das immer so ab. Wenn ich nicht gut schlafe, kann ich am nächsten Tag die Diagnosen nicht richtig stellen. Und das können wir den Kügerln nicht garantieren. Homöopathie heißt ja nicht nur Kügerln. Das ist einfach mit Schulmedizin. Dann brauchen wir darüber nicht streifeln. Würden Sie es mir übel nehmen, wenn ich Sie bitte, dass wir einfach das Thema wechseln? Nein. Gut. Warum kleiden Sie sich eigentlich so zugeknöpft? So, so tue ich das? Fällt mir gar nicht auf. Ja, so als würden Sie was verbergen wollen. Vielleicht mache ich ein Geheimnis aus mir. Nein, das glaube ich nicht. Was glauben Sie denn? Ich glaube, Sie sind ein Mensch, der das Potenzial, das er hat, nicht ganz ausschöpft. Und was rät der Medizinmann? Machen Sie einen Knopf auf. Und dann sehen Sie mein ganzes Potenzial. Sie wissen schon, was ich meine. Und ich gehe mit dir über die Eimer. Ich gehe mit dir über die Eimer. Musik Der Pferdler und ich sind hier schon heimisch geworden. Und du? Mir geht's sehr gut. Ich meine, nicht, dass du in zwei Tagen einen Höhenkoller kriegst und wir mit Sack und Pack in einer Nacht- und Nebelaktion ins Tal müssen. Du, ich hatte einen so schönen Tag gestern. Davon will ich noch ganz, ganz viele erleben. Wir bleiben auf jeden Fall. Hoffentlich hält das Wetter auch. Darf ich. Danke, danke fürs Einreiben und den schönen Almurlaub und überhaupt für alles. Süßer, magst du was trinken? Helmut, folge das. Und lass mich bitte ausreden. Ich mach das nämlich nur für dich. Wo? Das wäre? Ich hab mit dem Arzt telefoniert und einen Termin für dich ausgemacht. Morgen früh um zehn. Wie soll ich da bitte runterkommen? Auch das Problem ist gelöst. Der Bauer lässt sich ausnahmsweise mit der Seilbahn fahren. Nelly? Ja? Jetzt hab ich zwei Tage nur Ruhe gehabt. Kein Stress, keine Schmerzen, kein Problem. Du kommst zurück und schon geht's los. Helmut, du musst dieses. Helmut, du musst jenes. Ich hab einen Termin beim Arzt für dich gemacht. Den Bauern hab ich auch schon eingekauft. Was ist, wenn ich runterfliege von dem Ding? Wäre dir sowas recht? Ich hab meine Drei-Tages-Wanderung abgebrochen, weil mir das mit deinem Knie keine Ruhe mehr gelassen hat. Der muss dich doch nur röntgen, dann wissen wir Bescheid. Das ist so schnell! Das ist so schnell! Das war's! Das ist so schnell! Oh, ich sterbe schon vor mir. Was gibt's denn noch zum Essen? Gebratene Frosch-Schenkel. Was ist denn das? Sagst du das nicht? Haha, wieder mal sehr witzig. Ich wollte noch was sagen wegen gestern Abend. Also ich fand's wunderschön. Aber einmal ist keiner und wir halten uns dran, okay? Ja, genau, genau das wollte ich auch sagen. Ist ja super, dass wir uns da so einig sind. Finde ich auch. Ich meine es aber ernst. Ich weiß. Egal, die Zito mal hier. Du darfst nur noch in Gefahr sein. Früher wurden die gar nicht lange gefragt. Da hieß es einfach zwei Wochen Filzmus, Alm und Basta. Ich habe auch nie wen gefragt. Es ging einfach rein in den Flieger und ab auf die Kanaren. Na, jetzt wird's langsam ungemütlich. Weil die Resi hat ihren Freund und wahrscheinlich fahren wir nächstes Jahr so gar nicht mehr her. Ich habe mich am Anfang total quergestellt, weil es bergauf gehen ist ja überhaupt nichts für mich. Ich brauche die Sonne, das Meer, das Wasser. Aber ich muss sagen, langsam komme ich hier auf den Geschmack. Ich bin ja Krebs. Hast du denn Krebs? Was sind die Lippensternzeichen? Äh, ich bin ein Stier. Walter? Ja, 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 Schatz? Sag mal, musst du rauchen, wenn du da mit den Kindern sitzt? Ist ja völlig daneben. Hm, Entschuldigung. Wie geht er aus, was siehst du? Das merkt er gar nicht. Ah! Sehr erfrischend. Danke. Und gut gespeist? Mhm. Beim Kaiserschmarrn habe ich ein bisschen übertrieben. Was sind das für Leute erzählen? Du wirst lachen. Aber sie ist Krebs und er ist Steinbock. Und du bist besoffen. Die Traudel, die ist aber auch unmöglich mit ihrem Vogelbär. Ach übrigens, der Ferdel hat morgen Geburtstag. Und während du beim Arzt bist, kann ich ihm ja ein Geschenk kaufen. Aha, ja, nur zu. Da plötzlich hört die Schrambarrerin ein Geräusch über sich. Anfangs denkt sie, es sind die Siebenschläfer, die sie zuweilen besuchen. Doch dann hört sie ein Flüstern, das immer näher kommt. Aber sie kennt es nicht. Irgendwann hat sie keine Geduld mehr, springt aus dem Bett, zieht ihr Lederkostüm an, nimmt Pfeil und Bogen und springt mit einem lauten Schrei ins Freie. Aber woher kann sie denn auf einmal Bogen schießen? Ja, das kann sie. Sie ist eine ganz moderne Senderin. Sie hat sechs Wochen Kampfsport betrieben, bevor sie auf die Eim gegangen ist. Aber dann gib ihr doch lieber einen Revolver. Oder so ein Jagdgewehr. Oder eine Pumpgun. Dann springt sie mit einem lauten Schrei ins Freie und sagt, wer auch immer ihr seid, ich fürchte mich vor niemandem. Stille. Alles ist dunkel um sie und sie kann nichts mehr erkennen. Und das Flüstern kommt immer, immer näher. Helmut. 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 cái Vielen Dank. So, wie geht's? Heute ist Ski noch einmal in der Mitte, da kann dann gar nichts passieren. Geht's? Ja, weiß nicht. Okay, da kannst du ja landen. Danke. Alles klar? Aber langsam, ja? Ja, ganz langsam geht's. Eilig hab ich's nicht. Ich brauch's. Karin, ich hab jetzt den Karottensaft, die Grillsachen sowieso. Die Batterien für den Pferde. Und zack, hast du die Zahnschmerztabletten für den Pferde? Ja, na eben nicht. Aber nimm lieber die Zäpfchen. 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 Ja, genau, noch irgendeine Sonnencreme. Ja, ne, nicht irgendeine. Da brauch ich ne ganz bestimmte. Pass mal auf, da musst du ins Reformhaus gehen. Vielleicht hab ich ein Pröbchen davon da, da findest du dich leichter zurecht. Also, da gibt's, wollte ich mal ne Creme. Da gibt es von Dr. Resch gibt es, das hat aber nur 20er Lichtschutzfaktor. Die grüne hat, glaub ich, nur 20er. Du nimmst die blaue und die haben 40er Lichtschutzfaktor. Das braucht man mindestens. Wenn die das nicht haben, weil das gibt's nicht immer. Gehst du in die Apotheke? Karin, das ist mir zu kompliziert. Ich schlag vor, du kommst mit. Ach Walter, ne, ich wollte doch heute eigentlich mal. Obwohl? Ja, das find ich eine gute Idee. Du, pass auf, dass du dir nicht den Knöchel verstauchst. Ein Invalider genügend. Sag, Helmut, du hast doch hoffentlich die Autoschlüssel dabei. Was? Ja. Bei den Invaliden schlepp ich nämlich nicht vier Kilometer. So, ihr Mäuse, wir machen uns dann mal jetzt auf den Weg. Ferdl, gell, du weißt Bescheid. Wissen Sie schon, wie mein Vater das Tal runterkommt? Ja, das haben wir gehört. Dein Papa ist wirklich sehr mutig. Ferdl, die Theresa hat das Kommando, dass mir da keine Klagen kommen. Aber dass du mir ja nicht die Batterien für den CD-Player vergisst. Übrigens, die Bäuerin meint, sie hat für euch alle ganz viel Arbeit. Das heißt also auch für dich, gell, Schätzle? Ja, gut, Mama. Warte, bitte. Kommen. Ich kann mich da festhalten, wie es geht. Guten Tag. Guten Tag. Wer hat denn telefoniert? Dr. Bahr. Grüß Gott. Jetzt hat gerade vor ein paar Minuten Herr Doktor einen Arbeitsunfall reinkriegt. Also, das bedeutet, sie müssen ungefähr eine Stunde warten. Das ist mir leid. Jetzt eine Stunde, ne? Grüß Gott. Wo willst du denn hin? Warte gleich. Ja, jetzt schon. War der Nutzi schon mal die Zeit und macht den Einkauf, ne? Ja, ja. Okay. Wiedersehen. Und wo treffen wir uns nachher? Ich würde sagen, in einem Café da vorne. Gut. Ach, und Walter, machst du das Geburtstagsgeschenk für den Pferdl? Aber keine Videospiele, ja? Nein. Grüß Gott. Grüß Gott. Ich brauche ein Medikament, und zwar Pakamol als Zäpfchen. Gibt's nicht. Natürlich gibt's sonst. Ich verwende das ja dauernd. Ja, bei uns nicht. Also, bei uns gibt es nur eine Tablettenform. Ja. Ja, und zwar hätten wir hier diese Pakamol 50 Millen. Das ist, was ich Ihnen anbieten kann. Mal sehen hier. Karin. Ach, hallo. Lassen Sie sich jetzt doch untersuchen. Finde ich vernünftig. Gerade hab ich an unseren Abend gedacht. Schon stehen Sie vor mir. Da, steigen Sie doch auf Allopathie um. Ja. Das ist, äh, nur für, äh, wie Pferdl hat meine Zahnwege. Ich hoffe, ich hab Sie neulich bei uns am Abend nicht allzu... Danke. Das war's jetzt. Ich hoffe, ich hab Sie an unserem Abend nicht irgendwie... Irgendwie? Ja, dass ich Ihnen irgendwie zu... So. Ach, Herr Kollege. Tut mir leid, dass Sie so lang warten müssen. Macht nichts. Wir machen aber jetzt gleich das Röntgen. Danke. Die Frau Gemahlin, das freut mich. Vielleicht sind Sie sehr lieb. Gehen Sie dem Garten ein bisschen zur Hand beim Hose ausziehen. Da drüben geht's rein. Ich bin in zwei Minuten bei Ihnen. Ihr beide. Da drüben. Ich bin in zwei Minuten bei Ihnen. Ich bin im zweiten Video bei Ihnen. Seid ihr heute auch hier? Ich suche noch so ein paar Sachen für den Viertel, so Kaugummi-Zeugs. Das sind gar keine Kaugummi. Achso. Naja. Wollen wir hier schnell was trinken? Tut mir leid, ich habe überhaupt keine Zeit. Ich muss noch tausend Sachen erledigen und ich muss noch den Helmut vom Arzt abholen. Dann komme ich mit. Kleines Gläschen. Grüß Gott. Grüß Gott. Wir würden gerne was trinken. Das ist die Rezeption, wir sind ein Hotel hier. Achso. Hätten Sie denn dann vielleicht ein Zimmer für uns? Ja, gerade sind es freigeworden. Das geht aber auf die Straße. Ja, das macht nichts. Könnten wir uns das ansehen? Ja, aber selbstverständlich. Zimmer 425. Der Lift ist da vorne, links. Vierter Stock. Was soll denn das? Nein, natürlich nicht. Nein, das kommt doch nicht. Ganz sicher nicht. Nein. Auf gar keinen Fall. Nein, 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 nein Lass mich aufs Bett! Das Zimmer ist uns doch zu laut, aber trotzdem, vielen Dank! Bitte, bitte, keine Ursache. Also, ich kann beim besten Willen keinen Bruch entdecken. Distortionen sind halt leider viel schmerzhafter als eine Fraktur. Aber wem sag ich das? Ich schreibe Ihnen eine Traumasalbe auf. Massagen und spezielle Umschläge wären natürlich hilfreich. Die bekomm ich. Ich bin Physiotherapeutin. Na bitte, was wollen wir mehr? Das muss man sich ansehen. Hey, ich bin die Cati. Ich bin die Cati. Ja, wir fahlen hier ein riesen Geburtstag. Die Riesi sahen schon wie verrückt. Ach so, wann kommst du denn? Morgen? Echt, du wirst dich die Riesi sicher freuen. Du warte, red mal ein bisschen lauter. Ich verstehe hier gar nichts. Ach so, ich soll es dir nicht sagen. Überraschung. Okay, wie du meinst. Also dann bis morgen. Ciao. Wie, wie steht es denn aus beim Fleisch? Ja, der Hunger ist da. Also der zweite Gang wäre soweit. Helmut, was möchtest du denn essen? Ein Hühnchen oder eine Wurst? Edel. Und Sie? Ja, ich auch. Okay, danke schön. Was wollt ihr haben? Hühnchen oder Wurst? Würstchen. Würstchen? Würstchen. Würstchen, okay. Nee, natürlich. Wenn du mich nicht stören, darf ich die Bestimmung nicht geben. Oh, wir haben die Appetit. Hinten habt ihr nicht. Und wenn ich Sie Darling nennen würde? Ja, ja, das würde ich durchgehen lassen. Dann könnte ich Karin Maus sagen. Dann sage ich Berli. Sollten wir uns nicht vorher duzen? Edi Berli? Karin Maus. Karin Maus. Hähnchenschenkel. Leider nicht halb so knusprig wie deine Schenkel. Kannst du das bitte lassen? Dann hätte ich gern noch ein Kotelett für meinen Mann. Und ein Kotelett für deine Frau. Kotelett. Zart, aber dennoch mit Biss. Genau wie deine Hüften. Und dann noch einen Käsekreiner für deinen Sohn. Käsekreiner. Dazu fällt mir jetzt leider überhaupt kein passender Vergleich ein. Und wann kriege ich wieder mal was von dir? Ja, das werden wir dann sehen. Das kommt von vielen durcheinander saufen, Schatzi. Aber das weißt du seit Jahren. Ich trinke schon seit Jahren nicht mehr durcheinander. Aber gestern, das war einfach zu viel. Wir sollten mal ein bisschen Pause machen mit den Fändlers. Ich meine, der Fertl ist ja echt ein lieber Bub. Aber boah, der ist auch ganz schön anstrengend. Kein Wunder bei dem Vater. Du meinst bei der Mutter. Der Vater ist so gut wie nicht vorhanden und der Bub hat ADS, wenn du mich fragst. Sie mäht doch wie ein Traktor alles nieder. Und er macht das einzig Richtige, wenn du mich fragst. Er trägt es mit Fassung. Er ist ein Waschlappen. Oh Gott, ich sterbe. Ich hab dir doch gesagt, wenn du Alkohol trinkst, musst du vorher fett essen. Ja, damit ich mit zehn Kilo mehr nach Hause fahre. Danke. Ich trinke das nächste Mal weniger. Und dir geht's gut, ja? Nicht klagen. Du hast mich auch ganz schön gemächert. Dass du das mitbekommen hast? So blau, wie du warst? Ja, weil mir diese Oberkellnerin das Glas dauernd wieder aufgefüllt hat, was ich auf dem Tod nicht ausstehen kann. Du und dieser Oberarzt. Er war dermaßen besoffen, er sei schier unter den Tisch gekippt. Schade, dass ich das nicht fotografiert hab. Hä? Was redest du denn da? Und wie du dann halbnackt auf den Tisch geklettert bist, um einen Striptease hinzulegen? Walter, du lügst. Ich hab mindestens sieben Zeugen. Frag mal, wie dein Sohn die Sache gesehen hat. Walter, du willst mir doch jetzt was reindrücken. Ja. Oh Gott, mein Kopf. Ach, mein Kopf. Ohne Sattel. Also gegen Indianer. Genau. Das gab's aber auch nur, du. Ohne Sattel fährst du das sowieso gleich runter. Und mein Haar soll voller Einrausch sein. Wer begleitet mich heute zum Filzmus-Handel? Heute haben wir keine Zeit. Die Violetta kommt. Die wer? Ja, der Bauer hat letzten Winter so eine Haflingerstute gekauft. Und bringt ihr heute mit auf die Alme. Und anscheinend dürfen wir sie heute alle reiten. Du kannst doch gar nicht reiten. Ja, der Bauer fühlt sich doch an den Zügeln. Mhm. Naja. Wie auch immer. Ich möchte, dass du dich heute ein bisschen um die Mami kümmerst. Da geht's mir nicht so gut. Wenn ich Zeit hab, okay. Nein, nein, nein. Wenn du Zeit hast, du wirst die Zeit nehmen. Heute bist du der Mann im Haus. Hallo. Wo treibst du dich denn hin? Zum Filzmus-Handel. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Ich dachte nur, vielleicht würdest du dich zwei Sekunden mit mir unterhalten. Also, was hast du mir zu sagen? Schade, dass es hier weit und breit keine Hotelzimmer gibt. Weißt du eigentlich, dass du ein Waschlappen bist? Wie? Mein Mann nennt dich so. Ach, du hast mit deinem Mann... Ich hab gar nichts. Ich hab deine Frau einen Traktor genannt, der alles niedermäht. Ach so. Und mein Mann meint, deine Frau ist nur deswegen ein Traktor, der alles niedermäht, weil du eben ein Waschlappen bist. Ja. Das klingt ja eigentlich ganz schlüssig. Walter, kannst du mich mal bitte ganz schnell und ganz lang küssen? Darf ich vorher noch was zu deinem Mann sagen? Darfst du nicht. Ich find ihn eigentlich gar nicht so unsympathisch. Das ist so cool, dann können wir endlich früher reiten. Nein, ich bin der Jüngster. Das ist so eine Wartel, der kann doch gar nicht reiten. Nein, 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 die Violetta braucht jetzt erst einmal zwei Stunden Pause. Ja, und dann können sie mir dabei den Brotzeit machen. Und du kannst es dann einteilen, der reiten von Nacht daran, oder? Okay, Fanny, ich hab dich und Ferdl jetzt morgen von elf bis zwölf eingetragen. Und was ist mit Montag? Nur die Ruhe. Kannst du mich morgen nach dem Galoppieren eintragen? Du darfst du noch gar nicht ohne Begleitung, hat der Bauer gesagt. Friesi, kommst du mal, da ist jemand für dich. Wer denn? Keine Ahnung, wie könnte denn das sein? Ich weiß nicht, aber ich kann ja für dich da weitermachen. Herr Sebi, was für eine Überraschung. Musst du gar nicht arbeiten. Hast du heute frei? Ja, sozusagen. Aha. Fräulein, bringen Sie mir bitte ein schönes, kaltes, frisches Bier. Ich sterbe verdurst. Saulustig. Wo sind denn jetzt die ganzen Dorfburschen, die die alle so verehren? Sind die ab dem Klo? Die kommen erst nach Feierabend. Aha. Die müssen untertags arbeiten, so wie ich. Schau, schau. Auf, du Blöden. Sag mal, was soll das Ganze? Blöde Kuh. Und was soll das mit den zehn Tagen, du Arsch? Die Theresa hat gesagt, es geht nicht. Nun trag mich endlich ein. Ich weiß, die beiden dürfen nur im Schritt reiten. Außer muss der Bauer dabei sein. Das geht aber nicht. Hast du Schmalz in den Ohren? Du und Theresa tut ja nur auf Wicht. Ihr könntet uns doch Reitstunden geben. Ihr könntet uns zeigen, wie man galoppiert, verdammt noch mal. Du, Fanny, hältst jetzt überhaupt mal in der Maul. Du weißt ganz genau, was hast man mindestens zehn Reitstunden vorgemacht. Wir gehen zu deiner Mutter und fragen sie genau. Mama! Mama! Ich auch nicht. Dein Parfum macht mich rasend. Alma, bitte lass das. Schon zu schnitt. In erster Linie liebst du dich. Du willst es nicht kapieren. Du liebst eine beschissene Band und deine Scheißsongs. Wie oft soll es dir jetzt eigentlich noch sagen? Du und die Musik, ihr habt's nix miteinander zum Tor. Was machst du denn da? Ich such dich schon überall. Ich hab dem Helmut sein krankes Knie eingesalbt, wie sowas muss. Die Resi und die Kathi sind solche Arschreiber. Die denken, sie können alles bestimmen. Und lass uns einfach nicht auf der Violetta galoppieren. Doch jetzt, Moment mal, ja? Mit dem Bauern war ausgemacht, dass ihr nur reiten dürft, wenn er selbst ins Pferd fühlt. Und das finde ich absolut korrekt, ja? Aber wir wollen auch galoppieren, verdammt noch mal. Ferdinand, in deinem Alter, da geht es nicht. Eben noch nicht alles, okay? Ach, ihr seid doch alle uns gemein! Ja, soll wohl nicht sein. Die werden sich wundern. Wir gehen jetzt zu meinem Papa. Der sammelt da oben Pilze. Und ich sag dir, der hilft uns garantiert. Der hat mir noch immer geholfen. Städt dir das mal vor. Nur wir beide. Jedes Wochenende ein anderes Tal. Zwei volle Tage nur unterwegs. Diesen Tag mindestens drei Eimen. Und zwei Gipfel. Und gelegentlich ein Nest zum Kuscheln für uns zwei. Und irgendwann sind wir drei. Oder vier. Nein. Fünf. Nein. Ein völlig neues Leben. In einer völlig anderen Welt. Hm. Schaust du bitte mal auf die Uhr? Halb sechs. Halb sechs. Halb sechs? Halb sechs. Danke. Hast du alles? Ja. Äh. Papa, wo bist du? Wir brauchen dich dringend. Vielleicht suchst du seine Pizze heute ganz woanders. Nein, nein. Ich verstehe das nicht. Papa, wo bist du die ganze Zeit? Schau. Was meinst du? Siehst du ihn? Wen? Dein Papa? Nein, den schwarzen Mann. Wen? Ich sehe niemanden. Ach, ich erzähl's dir gleich. Komm einfach mit. Ich hab doch so ein Bild in meinem Zimmer hängen. Und auf diesem Bild sind ganz viele Schafe und dieser schwarze Mann. Ja, und was weiter? Und mein Vater hat erzählt, dieser schwarze Mann ist der dunkle Gesell von der wilden Jagd. Was? Wo ist denn jetzt dein schwarzer Mann? Komisch, ich verstehe das nicht. Schau, das ist bestimmt dein Versteck. Ja, meinetwegen, aber komm, lass uns runtergehen. Mir ist total kalt. Ich hab ne Idee. Wir spielen jetzt Schäferhund. Musik Musik Pferde, Pferde, wo seid ihr? Meldet euch! Vielleicht sind sie ja doch beim Walter oder bei der Mama. Oh Gott, hier ist die Schlange! Da, 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 kommen sie. Walter, ist der Pferde bei euch? Ist die Fanny bei euch? Was? Der Pferde. Die Fanny und der Pferde sind seit drei Stunden weg. Wie bitte? Wir haben die Bergrettung noch nicht verständigt, weil wir gehofft haben, dass sie vielleicht bei euch dabei sind. Wieso denn, bei uns? Also, ich war allein unterwegs. Also, ich bin weiter hochgegangen als sonst, aber ja, vielleicht kehrt oder sonst irgendwie. Ja, habt ihr denn hier schon alles abgesucht? Ja, natürlich. Wart ihr drüben am Hochmoor? Bitte! Oh Gott, Mama, die sind wirklich weg. Ich bin dran schuld, ich weiß es. Ach, so ein Schmarrn, hör doch auf. Na, weil sie wollte ihn nicht galoppieren lassen, das ist auch vollkommen in Ordnung gewesen. Dann habe ich noch gesehen, wie die beiden hoch sind zum allen Boden, da wollte er sich wahrscheinlich bei seinem Papa aushalten. Und da warst du ja heute nicht, bist ja irgendwie, was weiß ich, wo du hingestiegen bist. Wo warst du denn überhaupt? Entschuldigung, aber das war doch wohl heute der erste Tag, an dem nicht ihr Mann, sondern sie auf ihren Sohn hätten aufpassen sollen. Wirklich nicht der Zeit, wo dich in anderen Leuten ansehen. Das geht ja auch. Ich rufe die Überlegung an und ihr überlegt euch jetzt, was die zwei angehabt haben. Wir brauchen die genauer Beschreibung. Der Moment, wo man ganz ruhig ist. Gut, dann wissen wir jetzt, was wir zu tun haben. Ich geh auf alle Fälle mit. Nix für ungut, aber so wie es, beieinander seid's, glaube ich, gescheiter ist. Bleibt's da. Wieso beieinander seid's? Ich hab die Kondition eines Spitzensportlers. Ich werd mich doch jetzt hier nicht hinsetzen und warte nicht. Ich auch nicht. Ich muss was tun. Ich muss helfen. Am besten könnt's uns helfen, wenn's eine Ruhe gibt und die Nerven bewahrt. Die Kinder da herum können jeden steuern. Die geh ja auch nicht. Also laden's euch zurück und wir bringen euch der Ausweis. Ich versteh sowas nicht. Das schadet doch jetzt niemandem. Ihr könnt's nicht. Du kannst nicht. Lass die doch ihre Arbeit machen. Ihr stört da los. Bitte, wir können nicht mehr umeinander diskutieren. Ihr bleibt da und aus. Für den Fall, dass ihr uns noch was sagen wollt, dann lassen wir euch die zwei Funkgeräte da. Ihr wisst ja eh, was denn da ist. Sowieso. Du hier, jetzt kann ich dich ganz kurz sprechen. Ja, was ist? Bitte seid ihm, sie sollen mich mitnehmen. Vor den Männern haben die beiden wahrscheinlich Angst und verkriechen sich. Meine Stimme dagegen kennen sie gut. Für die und Katja habe ich eine bessere Aufgabe. Ihr Tät, die Eltern beruhigen, das ist viel wichtiger. Ja? Ja. Dann geh ich bei euch mit, oder? Ja, gut. Ich hab schon auf der Hochdauer einprobiert. Ja. Esst's bitte. Das ist gut für die Nerven. Ich hab vorhin zum Heiden Antonios Bett. Probiert das halt auch. Das hilft wirklich. Ich stell die beiden Dinge mal weg. Ich finde, wir sollten uns jetzt alle an den Händen fassen und den Kindern positive Energie schicken. Bitte, ja. Helmut, jetzt sei doch nicht so. Walter, das sind Dinge, die kann man nicht verordnen. Die Wirkung der Telepathie ist inzwischen überall erkannt und anerkannt. Ich find das eine super Idee. Komm, jetzt gib mir mal deine Hand. Ja, ich halt mich in die Suppe. Ja, das ist gescheit, das mach ich jetzt auch. Ich verstehe das ganze Getur nicht. Wir stecken doch alle vier in derselben Scheiße. Marvin, bitte gib mir deine Hand. Jetzt spiele ja nicht den Guru, Walter. Sie wollen doch auch, dass Ihr Sohn zurückkommt. Dann tun Sie's doch einfach. Jetzt ist Schluss, Nelly, ja? Merkst du eigentlich, was du hier anrichtest? Ich möchte etwas beitragen, ich möchte etwas tun. Ja, schon gut. Ich kann hier nicht sitzen. Schon gut. Walter, geben Sie mir Ihre Hand. So, ist genug jetzt, Nelly, wir gehen. Toll, wie Sie am Mann einfach immer drüber fahren. Ich bin eben nicht so eine liebe kleine Ehefrau, die immer spurt, wenn der Mann nur mit dem Finger schnimmt. Lass mich, dass ich nicht lache. Arnie! Ferse! Wir hätten das alles mit dem Hirsch überlassen sollen. Oh Gott, warum hab ich nur diese Geschichten erzählt? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die zwei aufgrund von den Geschichten ... Wir waren auf der Draxler hinten und gingen zur Schatten auf. Du, schaut auf jeden Fall bei hohle Viech und da stehen vorbei. Oh Gott, mir ist schon ganz schlecht. Cool bleiben. Komm, Fanny, komm zurück. Bleibt's cool. Die sind Profis. Die machen das schon. Wir haben uns was angefangen, meine Güte. Aber es lief doch eigentlich alles bestens. Alles nur wegen dem Ferdl und seinem ADS. Die vier konnten wirklich gut miteinander. Glaubst du nicht, dass die Fanny von allein auf die Idee kommt? Der Ferdl und die Fanny sind die dicksten Freunde geworden. Und entschuldige, wir haben davon auch profitiert. Du weißt, wie die Fanny sein kann, wenn ihr Vater ist. Wie ist uns das passiert überhaupt? Was denn? Dass wir denen so nah geworden sind. Sie waren uns sympathisch, wir hatten Spaß miteinander. Und außerdem hat der Ferdl gleich tolle Spielkameraden gefunden. Ja, aber was für einen Preis zahlen wir dafür? Hättest du mich nur nie rübergeschickt zu seinem Knie. Damit hat die ganze Scheiße angefangen. Du hast gesagt, wir bleiben hier. Was? Gehen wir mal davon aus, dass was Größeres passiert ist. Alles wird gut. Alles wird gut. Zum Beispiel, dass die beiden von einem wilden Stier angefallen worden sind. Oder die Fanny ist in einen Graben gefallen und hat sich das Bein gebrochen. Und der Ferdl hat sich beim Hilfe holen verirrt. Was bringt es jetzt, dass du solche Horrorszenarien durchspielst? Ich mach mich eben mit dem Ärgsten vertraut. Weil der Satz, alles wird gut, der hilft mir nichts. Es tut mir leid. Ferdl, ich muss was trinken. Ich kann schon nicht. Warte, Fanny, da unten ist ein Bächlein. Ich hör's schon plätschern. Das sagst du seit zwei Stunden. Aber diesmal hör's wirklich. Ferdl, ich kann immer. Fanny, du kannst hier nicht liegen bleiben. Wir müssen weiter. Meine Füße brennen. Und ich hab lauter Blasen. Bitte hol mir was zum Trinken, Pferdl. Aber das ist's doch. Komm, Fanny, ich hab ein Licht entdeckt. Los, das ist unsere Rettung. Was? Was hat er jetzt gesagt? Was heißt das? Ich glaube, die weiten die Suche aus. Walter. Wenn wir den Pferdl gesund wiederkriegen, dann machen wir diese Wallfahrt in dieses Dings da in Spanien. Wie heißt das? Santiago de Compostila. Und zwar zu Fuß. Ich werd ein Jahr lang auf jede Form von Alkohol verzichten. Du wirst mir keine Zigarillos mehr rauchen. Und du scheißt mir bitte den Pferdl nicht mehr so an. Entschuldigung. Walter, könnte ich dich ganz kurz sprechen? Der Pferdl wollte immer, dass ich ihm von der wilden Jagd erzähle. Und dann hab ich da so eine Figur erschaffen. Die Sennerin von der Schrambachalm. Und hab ihm erzählt, dass sie gegen den Teufel antritt und sich wilde Kämpfe mit ihm liefert. Und du meinst, die beiden sind ... Du kennst ihn doch. Er hat so eine blühende Fantasie. Außerdem ist die Schrambachalm nicht weit weg von hier. Danke, Theresa. Ich geb's an die Suchtrupps weiter. Sagst du's bitte nicht deiner Frau? Ja, und? Was ist denn das für eine geheime Touerei, Walter? Kannst du mir vielleicht ... Hallo, kann mich jemand hören? Hier spricht Walter Fendler. Herr Fendler, wir hören Sie. Was gibt's? Die Kinder könnten auf der Schrambachalm sein. Was? Wo? Es war komplett die andere Richtung, aber danke für den Hinweis. Theresa hat mich draufgebracht. Worauf denn? Weiter, red mit mir! Eine Nachricht für den Herrn Fendler. Die Sennerin von der Schrambachalm hat gerade angerufen. Sie hat alles abgesucht, aber nichts gefunden. Das ist alles. Die Kinder können auf der Schrambachalm sein. Sie hat alles gegenseitig. Das ist alles. Wer ist der? sie war in den letzten tagen anders als sonst wie anders ist es nicht aufgefallen was meinst du mit anders sie hat zum beispiel ihre haare nicht mehr frisiert ja schon aber ich meine wir sind ja im urlaub du weißt doch was sie da immer für eine zeremonie aufgeführt hat egal ob wir im urlaub waren oder nicht ja was willst du jetzt damit sagen ja oder ihre schuhe seit zwei tagen rennt die mit schmutzigen schuhen rum jetzt kommt es mir überhaupt ja aber ich weiß immer noch nicht wofür dieser zeichen sein soll weiter sag mal ehrlich hast du dem pferde nach irgendwelche anderen gruselgeschichten erzählt nicht dass ich wüsste denn du weißt wie seine fantasie arbeitet vielleicht hat aus der glotze was aufgeschnappt das glaube ich nicht die mädchen gucken sich doch keine gruselgeschichten an und als ihr dazu diese anderen allem gewandert seid da wo ich sage gewitter fast erschlagen hätte kurz vor dem gewitter was er dir erzählen soll da war doch gar keine zeit nein weiter davor bevor der hagel kam da seid ihr doch mindestens zwei stunden gelaufen und du hast den fernl bestimmt zum gehen motivieren müssen weiter bitte sag mir die wahrheit ich habe ihm nichts erzählt kannst du dir vorstellen dass die fanny sterben muss damit wir zusammen bleiben was kannst du dir vorstellen dass die kinder was auf sich nehmen was eigentlich wir auf uns nehmen müssten aber die scheiß familienaufstellerei aus dem spiel ich will ja damit nur sagen ich weiß ich habe große schuld auf mich geladen und der gedanke dass die fanny jetzt diese schuld auf sich nimmt das ist so furchtbar ich sagte jetzt was aber bitte hör mir zu und unterbrich mich nicht an dem tag als ich mit dem pferdl zur hochteil angegangen bin da allerdings nach dem gewitter da kam es ja na ja sagen wir zu einer denkwürdigen begegnung wir wollten ja eigentlich noch zu nächsten allem aber dann kam dieses unwetter dazwischen da haben uns alle in die warme stube gedrängt und würstelsuppe gegessen ja und dann der einsatzleiter ist dran schnee die kinder sind gefunden sie sind unverletzt und es geht ihnen gut und dann Mit einem alten Stein. Puh! Schatzengel. Ekel! Aber ich habe es gleich gesagt. Die Fahne ist viel zu schneid, dass ich nicht weiß. Das passiert nicht. Ja. Ah! Wir sind doch galoppiert, nur dass ihr wisst, er hat uns galoppieren lassen. Oh mein Gott, es ist alles dran, alles dran, lass sie angucken, gut hast du das. Der Fertel ist auch wieder da. Jetzt sind wir mal gespannt. Aber ich erzähle nur das eine, okay? Gut. Also, wie es anfängt dunkel zu werden und wir uns nach einem Schlafplatz umschauen, finden wir einen ganz alten Baum, auf dem man gut raufkraxeln kann. Dort oben machen wir unseren Schlafplatz und die Fanny schläft sofort ein, so kaputt ist sie. Ich schau rauf zu den Sternen und bitte den lieben Gott, dass wir wieder zur Filzmus einem zurückfinden. Da plötzlich kommt ein starker Wind auf und die Blätter fangen an zu rascheln. Und auf einmal sehe ich drei dunkle Gestalten an mir vorüberfliegen. Oder waren es vielleicht sogar Raubvögel? Wenn ich sage dunkle Gestalten, dann meine ich auch dunkle Gestalten. Was lassen Sie noch in so eine Geschichte erzählen? Am Anfang habe ich sie nicht erkannt, aber dann habe ich mich daran erinnert, was mein Vater mir von der wilden Jagd erzählt hat. Und von da an wusste ich, wer die drei Gestalten waren. Der Teufel, die Hovergors und noch so ein schwarzer Gesell. Und was dann? Hast du ihm die Hände geschüttelt? Jetzt lass ihn doch mal. Nein, aber er fragte mich, ob ich eine Göre namens Theresa kenne. Und ich fragte ihn, was willst du denn von dieser Nervensäge? Und er meinte, diese Göre erzählt nur Lügenmärchen über uns. Weißt du, wo sie steckt? Wir müssen ihr nämlich eine Lektion erteilen. Ah! Sehr ne Zicke! Gute Nacht, Papa! Also liebe Eltern, zwischen mir und Sebi ist wieder alles im Lot. Und deshalb haben wir uns überlegt, noch für zwei Wochen in den Süden zu fahren. Und da bräuchte ich natürlich euren Segen und vielleicht auch noch ein bisschen Geld. Ja, aber ich bin auch mit. Auf gar keinen Fall, du bist viel zu wütend. Ja, aber ich bin auch mit. Vielleicht nehmen wir sie doch mit. Wir rufen den David an, das ist doch kein Problem, der kümmert uns. Das wäre doch eine super Idee. Du bleibst hier, du bleibst auf jeden Fall hier. Ich darf um die Märchen gehen und das wäre dann... Bleib doch jetzt, wir sind schon mal hier. Was will ich denn hier noch länger? Du, da bist du... Da ist ein Altimeter dabei. Ja, okay. Mit dem Heroin, ja? Das kriegst du ja auch mit Pulsmesser. Ja, ja, genau. Aber für mich ist es völlig nutzlos, weil ich spüre ja meinen eigenen Puls und nicht den vom Patienten. Schatz, Schatz, würdest du mir meine Zigarillas geben aus meiner Jackentasche? Das ist das Allerwichtigste, oder? Du hast aber was falsch verstanden. Jeder, der zum Arzt kommt, will Blutdruck und... Ich glaube, dann solltest du dich mit Walter unterhalten. Ja, schau. Die Alten habe ich zehn Jahre lang geraucht. Duftet. Was ist denn das? Das ist meine Haarspange. Wo hast du die jetzt her? Aus Walters Jackentasche. Ja, genau, die habe ich im Wald oben beim Pilzesammeln gefunden. Und in dem ganzen Trubel habe ich vergessen, sie zurückzugeben. Tut mir leid. Ja, ich habe sie beim Wandern verloren. Danke. Das ist nämlich meine Lieblingshaarspange. Ich dachte schon, die ist weg. Ja. Ich bin da wie die Fanny. Nimm die ruhig ein. Dankeschön. Gerne. Prost. Ach, ich lieb den. Walter, gibt es irgendwas, was ich wissen sollte? Hat das irgendwas damit zu tun, was du mir vorher sagen wolltest? Was war denn nach dem Hagelgewitter? Ja, auf der Hütte mit der Würstelsuppe. So, jetzt mal raus mit der Wahrheit. Also. Die Wahrheit ist. Walter und ich, wir haben uns verliebt. Was heißt das? Das heißt, dass die Nelly und ich eine Affäre haben. Oder? Ja. Nelly, kommst du bitte? Walter, ich... Helmut, kann ich dich besprechen? Nein, bitte setz dich. Halt den Mund! Nelly, ich erwarte dich in zehn Minuten nach dem Zimmer. Okay. Karin, wir müssen uns jetzt wie erwachsene Menschen benehmen. Wenn du das kannst, super. Ich kann das nicht. Aber wir werden uns doch jetzt keine Blöße geben. Gerade jetzt nicht. Helmut. Komm, nimm mich, du kannst mich jetzt haben. Bitte, komm. Zieh dich aus. Du willst doch auch kommen. Karin, bitte, beruf dich. Gestern wolltest du mich doch. Jetzt nimm mich doch endlich. Komm. Du kannst mich haben. Komm, zieh mich aus. Karin. Jetzt hilf mir halt mal. Komm zu, Dick. Komm zu. Ich flehe dich aus. Oh Gott. Und, hast du sie gebummst? Hast du meine Socken gesehen? Wie ist sie denn so im Bett? Legt sie einfach nur so da oder macht sie richtig mit? Ach, Karin. Scheiße, Karin! Scheiße, Karin! Scheiße, Karin! Verraten Sie nicht! Wächst die ganze Bruder auf! Was hat sie, was ich nicht habe? Bei ihr bin ich kein Packesel, kein Fußabstreifer, kein Mülleimer. Das bist du bei mir doch auch nicht. Walter, warum übertreibst du denn auf einmal so? Entschuldige. Aber ich muss das jetzt tun. In ungefähr vier Stunden bin ich wieder da. Natürlich hat sich bei uns einiges abgenützt. Ja, wie auch nicht in 18 Jahren. Aber ich liebe dich immer noch. Ich brauche jetzt einfach ganz viel frische Luft. Aber ich bin gar nicht leid, aber ich bin einfach ganz leid. Ich bin einfach in der Nacht... Ich bin ein sehr, sehr gut. Ich bin ein sehr, sehr glücklich. Und dann haben wir das in der Nacht. Wo ist denn der Papa? Wo ist denn der Papa? Der Papa. Der ist schon ganz in der Früh weg zum Pilzesuchen. Und wieso hat er mich nicht mitgenommen? Wahrscheinlich wollte er dich ausschlafen lassen, nach den ganzen Strapazen gestern. Mama, geht's dir nicht gut? Nee, heute geht's mir nicht so gut. In der Zeit, wo du dein scheiß Abitur hattest, hab ich alles aufgeräumt, geputzt und gewaschen. Können wir mal bitte in der Gegenwart bleiben? Gegenwart, bitteschön. Wer hat gestern die Jeans gewaschen? Ich. Du kennst doch diesen Davidega. Ja, den kann ich doch kennenlernen. Du kennst die Sprache nicht. Ja, aber Englisch, das kann auch so sein. Du hast doch gar kein Geld für diese Reisen. Ich hab Geld, natürlich hast du denn plötzlich Geld. Ich verkaufe die Puppen von der Fanny. Nein. Ist mir erlaubt und das teilen wir dann doch das Geld. Nein. Fanny, das haben wir doch ausgemacht. Wir haben gar nichts ausgemacht. Sebi, kannst du auch mal was sagen? Lässt du endlich mal den Sebi aus dem Spiel? Mir muss es passen, wenn du mitkommst. Und mir passt es nun mal nicht. Morgen. Morgen. Ist denn überhaupt die Mama? Die wollte noch mal ganz früh auf den Spielkugel hinauf. Hä, da war die doch erst. Wie das duftet. Das hab ich gar nicht gewusst, dass meine Töchter so schön Frühstück machen können. Der Sebi ist heute der Koch. Na ja. Abgesehen davon, dass ich Familie hab und Verantwortung trage und so weiter, bla bla bla. Dieses bla 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 gilt für mich natürlich genauso. Obwohl wir gut zusammenpassen würden. Wir wären quasi füreinander geschaffen. Verliebte sind immer füreinander geschaffen. Ja. Es war sehr schön mit dir. Und ich werde diesen Urlaub auch nie vergessen. Cancel. Vielen Dank. Weißt du was, Helmut? Lass uns heimfahren. Was machen wir denn mit den Sachen vom Papa? Die holt er sich schon, keine Angst. Aber woher weiß er denn, dass wir noch in diesem Hotel sind? Der Bauer wird ihm schon alles sagen. Jetzt macht er mal deswegen keine Sorgen. Schau mal her, Viertel. Ich hab noch was für dich. Was ist das? Eine Überraschung. Danke, Traudel. Hat es nicht das G'scheiter gewesen, wer ihr jetzt noch mal zusammengesetzt und euch ausgesprochen? Du bist gut hier in deiner Almidylle. Überhaupt schuld. Bist nur du. Hättest du mir noch nie dieses idyllische Plätzchen gezeigt. So können wir es natürlich auch sehen. Blödsinn. Dank dir, Traudel. Es ist ja voll. Guten Tag. Fendler mein Name. Meine Gattin und mein Sohn sind bereits hier. Ihre Gattin und Ihr Sohn sind im Hallenport. Soll ich Ihnen ausrichten. Vielen Dank. Entschuldigen Sie, Herr Fendler. Die Beschädigungen damals im Zimmer 425, Sie wissen schon, die setze ich Ihnen da mit auf die Rechnung, wenn Sie erlauben. Ja, ja, natürlich. Ja, ja, natürlich. Ich bin jetzt noch ein paar Jahre alt. Aber ich bin jetzt noch ein paar Jahre alt. So, wo ist jetzt mein Schlüssel? Komm, Helmut, lass uns hinterherfahren. Ich brauch jetzt irgendwie Sonne, Sand und Meer. So, wo ist jetzt mein Schlüssel? 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 So, wo ist jetzt mein Schlüssel?